Wieder ein wertvoller Tipp zum Thema, wir suchen, du suchst ein Fitnessstudio. So, du bist daran interessiert Muskeln aufzubauen. So, dann brauchst du natürlich auch einen spezifischen Trainingsplan für dich. So, dann musst du mal gucken, inwieweit da definiert wird, wie schwer, beziehungsweise welche Wiederholungszahl sollst du machen, warum sollst du die Wiederholungszahl machen, wie schnell soll die Bewegungsgeschwindigkeit sein, wie sollst du trainieren, welche Techniken sollst du anwenden, sollst du langsam trainieren, sollst du am Umkehrpunkt anhalten, ist da die Muscle-Brain-Connection mit im Spiel, wird über Zielmuskelfokus geredet, sind das alles Dinge, die in deine Beratung mit einfließen. Wenn ja, dann ist gut, wenn aber da gar keine Hinweise kommen, null Hinweise, was du tun sollst. Einfach nur einen Plan, wo du draufstellst, du sollst halt die Kniebeuge machen, drei Sätze, acht Wiederholungen. Buu, das ist Sparmodus, da wirst du wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Frag danach, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Und wenn sie das haben, dann bist du im richtigen Fitnessstudio. Easy going, Fitness-Lifestyle.